Guten Tag, ich bin Herr So, Herr Amoruso aus der Maison d'Education Maria Amaba, Gore. Heute machen wir einen Deutsch-Unterricht über den Konjunktiv 2. Ich bin Herr Amoruso, Professeur d'Alba, in der Maison d'Education Maria Amaba. Ich möchte Ihnen heute einen Kurs über den Konjunktiv 2. Also, Subjunktiv 2, in Alba, der Konjunktiv 2. Und Sie haben bereits einen Kurs über den Konjunktiv 3. Wenn Sie erst einmal den Verben mögen haben, mit der Formen. Ich möchte einen Kaffee trinken. So, hier haben Sie die Formen Möchte. Das ist der Verben mögen. Das ist das wir, was wir bereits haben. Das ist etwas, was wir bereits haben. Aber das ist etwas, was wir wollen. Der Subjunktiv 2, der erste Kaffee trinkt ist, ist der Soweit. Das ist der Soweit. Das ist etwas, was wir wollen, was wir wollen. Das ist das, was wir sagen, dass der Subjunktiv, das ist der Möchte des Irréels. Das ist etwas, was wir noch nicht erwähnt. Wir werden jetzt mit der Formen dieses Subjunktiv 3. Wie haben wir dieses Subjunktiv 3? Wir haben den Verben mögen. Dann, wenn wir die Umlaut haben, die zwei Punkte, haben wir hierzu. Das ist der Möchte. Das ist die Formen des Prätérites. Und wenn wir jetzt den Umlaut haben, das ist der Möchte. Das ist der Subjunktiv 2. Wir können auch eine andere Formen. Das ist der Möchte. Das ist der Möchte. Das ist der Möchte. Und wenn wir jetzt das Prätérites haben, den dem Verben, den Gebä�은 wished著 franch reciestablieren Sie. Ja. Hierzu werden wir die Umlaut Milch không. Das ist der Möchte. Das ist der Übergida. Donc, en résumé partiel, pour former le cognitif svei, on aura le radical du verbe au prétérit plus maintenant umlaut et la terminaison e pour la première personne. À la deuxième personne, on aura, suite, comme on peut prendre le common, d'où chemist avec le est à la fin, r, s et le zi, troisième personne du singulier, on aura chemist. Donc, la troisième personne du singulier e, première personne du singulier e, première personne du pluriel, donc c'est toujours la forme, vieux, chemist avec umlaut et en. On aura deuxième personne du pluriel, umlaut et le et à la fin. Ensuite, troisième personne du pluriel, le zi et la même forme que la troisième personne, que la première personne du pluriel. Si on récapitule, là, à la place de verre, on pouvait mettre aussi avec common, chem, donc a umlaut, e. Là aussi, le est à la fin et parfois même le e peut sauter. Ensuite, la troisième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel avec le et, et troisième personne du pluriel avec le en. Donc, en récapitulation, le conjonctif sveil se forme avec le radical du prétérit plus en. On peut mettre ça, le carré, radical, prétérit plus maintenant terminaison, les endungen, plus les terminaisons. E, E-S-T, E, E-N, E-T, E-N. Donc, on a le conjonctif sveil. Ça, c'est la forme. Ça reste dit bildung, un un, dit bildung. Bildung. Donc, la forme du subjonctif deux. On peut passer après. L'emploi du subjonctif deux. Der Gebrauch. Comment on l'utilise? Donc, on aura des cas de figure. D'abord, quand je dis Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. und on ajoute d'autres phrases und je dis stelle dir vor wenn du einen Löwen auf der Straße und ZE. ZE, là, on a le conjonctif de ZEIN, Das bedeutet, der radikal des Präterit, das, plus um laut, das ist, das ist, das ist, das ist mit der zweiten Person. Ensuite, on a une troisième Form. Ich hätte gern wieder Ferien. Ich hätte gern wieder Ferien. Eine andere Form. Könntest du mir bitte helfen? Könntest du mir bitte helfen? Wir haben vier Situationen. Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Aber da, mit einladen, das ist eine Form. Wir werden auch wieder zurückkommen. Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Ensuite, on a, stell dir vor, imagine toi, wenn du einen Löwen auf der Straße sehst. Imagine toi, wenn du einen Löwen auf der Straße sehst. Ich hätte, und ich hätte gern wieder Ferien. Ich hätte gern wieder, wenn du einen Löwen auf der Straße sehst. Könntest du mir bitte helfen? Könntest du mir bitte helfen? Könntest du m'aider, s'il te plaît? Wir haben vier Situationen. Nun, in jeder Situationen, wir haben benutzt das Konjunktiv 2, das Subjunktiv 2, für illustrer was wir wollen. In der ersten Frage, wenn du mich einladen würdest. Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Das wäre ein Wohr, das wäre ein Wohr, das wäre ein Wohr. Das wäre ein Wohr, wenn du mich einladen würdest. Ensuite, wenn du einen Löwen auf der Straße sehst. Imagine-toi, wenn du einen Löwen auf der Straße sehst. Das wäre ein Wohr. Das wäre ein Wohr. Das wäre nicht ein Wohr, sondern ein Wohr, sondern ein Wohr. Wir haben eine Art der imagination, eine Römerie, die man nennt die Fantasie. Die Fantasie auf Deutsch, in allemand. Ich hätte gern wieder Ferien. Das wäre ein Wohr. Das wäre ein Wohr. Und könntest du mich bitteILfen? Das wäre eine Sachdeutschein, wenn du mich einladen würdest. Wenn wir uns einladen, das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Das wäre so, wenn du mich einladen würdest. Das wäre eine percepft, wenn du mich einladen würdest. Ich hätte gerne wieder fährdien. Das wäre ein Schöpfchen. Ich hätte gerne wieder fährdien. Das wäre so, wenn du mich einladen würdest. Ich hätte gerne wieder fährdien. Das wäre so, wenn du mich einladen würdest. 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 Das wäre super, wenn du mich einladen würdest. Das wäre so, wenn du mich einladen würdest. Das wäre so, wenn du mich einladen würdest. Das wäre so, wenn du mich einladen würdest. Ich habe es schon gesagt, dass wir die Form pleine verraten haben, oder auch den Verben, plus, jetzt, Würde. Man nennt man vielleicht ein Futur, weil es sich so wie der Futur ist. Würde, plus, jetzt, Form infinitive. Und die meisten der Verben sind, wie Spielen, Tansen, gehen mit Würde. Würde spielen. Würden tanzen. So, diese Verben werden mit Würde. Aber für die Verben der Modalität können, dürfen, müssen, wollen, sollen, werden. On n'utilise pas Würde plus Verbe de Modalität, mais c'est le Verbe de Modalität comme Verbe plein, qui est utilisé, comme aussi l'auxiliaire sein et l'auxiliaire haben. Là, on ne peut pas, ou, on ne doit pas utiliser le Würde plus auxiliaire, que ce soit auxiliaire de Modalität oder sein oder haben. Hier, on a le Grand 2, der Gebrauch, c'est-à-dire l'Emploi. Et on va le situer, Fantasie. On aura une phrase, ici. Ensuite, Fortschlag, propositions, suggestions ou bien, aussi, comme conseils. Ensuite, on aura le souhait, der Wunsch. Et, ensuite, à la fin... Fantasie, c'est l'imagination, quand on rêve de quelque chose, etc. Le Fortschlag, c'est la proposition, la suggestion. Ensuite, Tip, c'est le conseil, c'est-à-dire Tip. Der Wunsch, le souhait et la demande polie. Refliche bitte. Dans une situation de classe, vous-même, vous pourriez déjà produire certaines phrases. Par exemple, der Vorschlag. Par exemple, on peut dire, ici. Wäre ich du, oder wenn ich du wäre... Würde ich mit Papa sprechen. Wäre ich du, oder wenn ich du wäre... On peut mettre ça aussi. Wäre ich du wäre... Okay? Si j'étais toi, à ta place, an deiner Stelle, kann man auch sagen. Ensuite, Fantasie. Wäre ich... Wäre ich... Würde ich... Keine... Krankheit... gebe... Wenn ich ein Gott war, dann hätte ich keine Krankheit. Okay? Das ist eine Situation, die wir heute leben. Aber wir wissen, dass ich das Gott nicht sein kann. Ich bin in der Reise. Das ist auch die Ausstellung des Irreels. Die Ausstellung von etwas, von einem Wohen, von einem Wohen, von einem Wohen, das ist irrealisable. Warum haben wir diese Formel? Dann, ein Wohen. Ich hätte gern einen Kaffee. 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 Ich habe noch nicht das Kaffee. Und das ist etwas, was ich möchte. In dieser Satz, etwas, was wir sagen, ist etwas, was wir, Also, das ist nicht materialisable. Also, ein Wohen ist irrealisable. Und hier ist ein Wohen ist realisable. Aber es ist immer der Irreel, die noch zu beenden. Dann, ein Wohen. Ein Wohen. Kannst du mir bitte helfen? 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 S'il te plait? Fantasie, Vorschlag, Wunsch, Hörflische bitte. On peut avoir un exercice, à la page 86, où on a les différentes formes. On a ici un exercice. Was bedeutet der Konjunktiv zwei hier? Trage die Beispiele z in die Tabelle ein. Il faut insérer maintenant les phrases qu'on a données dans ce tableau. On a l'imagination, rêverie, etc. Ensuite, le souhait, qui est exprimé. Et là, maintenant, on a la proposition, ou bien un conseil ou orientation et la demande polie. Vous allez essayer maintenant de mettre ces phrases là là où il faut. Peter würde gerne öfter Gitarre spielen. Ich würde heute Abend eine gerne Pizza essen. Würde essen. La forme qu'on avait tout à l'heure. An deiner Stelle würde ich nicht so viel rauchen. à ta place. Rauchen signifie fumer. Wenn du in den Ferien zu uns kommen würdest, könnten wir viel zusammen unternehmen. Unternehmen, qui signifie entreprendre. Zusammen unternehmen, entreprendre ensemble. Und, wenn ich ein Vogel wäre, könnte ich fliegen. Si j'étais un oiseau, je pourrais voler. An deiner Stelle würde ich mir keine Sorgen machen. Je ne me ferais pas de soucis. Könnten Sie bitte Herrn Meierhofer anrufen. Und, würden Sie bitte der Dame die Tür aufhalten. die Tür aufhalten. Ich gebe dir die Dame. Ich gebe dir die Minute. Und dann, ihr macht den Übersicht. Und wir können die Übersicht korrigieren. Für die Übersicht zu machen, für die Übersicht zu machen. Für die Übersicht zu machen. Wir können hierheren. Hier haben wir die Übersicht. www.lingolia.de wo Sie daß in der gleichen Übersicht ein ganzes Übersicht zu machen. In der Übersicht kann es sehen. Hier sind wir die Übersicht. Wie können Sie den Ubersicht in der Übersicht haben wir die Definition. Wir kommen da übersicht. Es gibt den Übersicht. Es gibt die Übersicht auf diesen Übersicht. Es gibt diese Übersicht. Das Ding ist im Grunde. Und das Übersicht nach der Übersicht der Übersicht. Wir kommen die Übersicht. Die noche formen. Das ist möglich. Wurde plus maintenant le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire la forme pleine qu'on peut avoir et ensuite la forme avec Wurde plus Helfen. Donc vous pourrez après, si vous avez déjà complété, vous avez la connexion, vous appuyez ici sur le vert, vous cliquez sur le vert et vous aurez les résultats. Qu'est-ce que vous avez fait juste, qu'est-ce que vous avez fait faux, ensuite vous passez aux solutions, c'est-à-dire ce qui est corrigé, c'est en bleu. L'exercice, les résultats, c'est en vert et ce qui est corrigé maintenant en bleu. Donc à chaque fois que vous aurez besoin encore de faire d'autres exercices, vous pouvez les télécharger bien sûr. Et à chaque fois, vous pourrez diversifier les façons de faire, etc. pour un travail autonome et un travail de consolidation. Donc n'oubliez pas, pour le conjonctif Svai, la forme, c'est le radical du prétérit plus Umlaut, ou bien Wurde plus l'infinitif. Ensuite, on a l'emploi, parfois c'est tout juste l'imagination, rêverie, etc. Une chose qui est irréalisable, ou bien une proposition ou conseil, un forschlag type, ou un souhait, une chose qu'on veut réaliser. Ensuite, il y a, à la fin, la demande polie. Là aussi, on utilise le subjonctif 2. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour la présentation du subjonctif. J'espère qu'on se reverra bientôt, ou peut-être se reverra aussi en classe. C'est ce que tout le monde souhaite. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501